Die Lotto-Ziehung Daher geht es heute Abend um einen Jackpot und im Gewinntopf liegen rund 1,9 Millionen Euro. Glücksrichter und Kugeln sind wie immer überprüft und ich begrüße den Notar hier im Studio, Herrn Magister Gregor Eitler. Er wird die heutige Ziehung beaufsichtigen. Und jetzt wünschen wir viel Glück und schon geht's los. Und die erste Gewinnzahl von heute Sonntag lautet 7. 7 Gewinnzahl Nummer 2 ist 33. 33 Ich hoffe, Ihnen bringt auch 35 Glück. 35 Glückskugel Nummer 4 ist 2 Wir ernähren uns dem Sechser mit 38. 38 Und der heutige Jackpot-Sex ist komplett mit 10. 10 Fehlt uns nur noch die Zusatzzahl und diese lautet 9. 9 Hier noch einmal die Gewinnzahlen jetzt in ansteigender Reihenfolge. 2 7 10 33 35 38 Und die heutige Zusatzzahl ist 9. Kommen wir nun zum Joker. Auch beim Joker hat es keine Quittung mit der richtigen Zahlenkombination gegeben. Somit ist aus dem Jackpot vom Mittwoch ein Doppel-Jackpot geworden, der rund 600.000 Euro schwer ist. Ich hoffe, Sie haben mitgespielt und Ja zum Joker gesagt. Starten wir mit der Ziehung. Die erste Stelle der heutigen Joker-Zahl lautet 2 2 An zweiter Stelle haben wir 5 5 Die dritte Stelle lautet 4 4 An der vierten Stelle haben wir 0 0 An der vorletzten Stelle 2 2 Und an der sechsten und letzten Stelle ebenfalls 2 2 Somit lautet die Joker-Zahl der heutigen Ziehung 2 5 4 0 2 2 1,50 Euro gewinnen Sie mit einer übereinstimmenden Stelle 7 Euro mit zwei Stellen 77 Euro mit drei 770 mit vier 7700 mit fünf Und mit sechs übereinstimmenden Stellen haben Sie den Joker-Doppel-Jackpot geknackt. An Gewinnerinnen und Gewinnern dieser Ziehung gratulieren wir sehr herzlich. Ob und wie viel Sie heute Abend gewonnen haben können Sie durch Eingabe Ihrer Quittungsnummer auf www.lotterien.at überprüfen Beziehungsweise Anzahl und Höhe der Gewinne darüber hinaus im UF-Teletext auf Seite 721 unter win2dat aus den Tageszeitungen sowie in Ihrer Annahmestelle erfahren. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend und freue mich auf ein Wiedersehen am kommenden Mittwoch hier in ORF 2. Bis zum nächsten Mal.